Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part-Hex-Sitz. Zusammen wieder mit dem Florian, der nimmt aber grad nicht auf. Und ja, heute wollte ich mal versuchen mein Haus anzufangen. Und mehr als ich mich. Hier ist dein Bronzeschild, Kopf. Hä? Nein, ich glaube nicht. Aber das kannst du beschriften mit deinem Namen. Oh mein Gott. Und schreien, das ist mein Haus und so. Warte, wie machen wir eigentlich nochmal ein Backpack? Backpack, Backpack, Backpack. Leder wie eine Truhe anordnen. Back. Pack. Okay. Pack. Pack. Alter, sind die fett, ey. Alter Ender Backpack. Alter Big Backpack. Alter Big White Big Backpack. Hä? Hast du Leder? Big White Big Backpack. Hast du Leder? Ich? Ne, aber man kann doch verrottetes Fleisch braten und dann kommt da Leder raus. Das ist ja echt doof gemacht mit dem Ofen. Doch, boah. Muss ich da mal zulegen. Es leckt. Es leckt so sehr. So sehr. Ja, ich werde dann denke ich mal an. Alter, du hast wieder dein Kackschwert auf dem Rücken. Auf dem Rücken und in der Hand. Wo hast du das? Digger. Aha. Ich habe zwei davon gemacht. Ich werde hieraus auch wegziehen, weil, keine Ahnung, irgendwie... Ich weiß nicht, so das Überhaus, ne. Wir sind ja keine Steinzeitmenschen. Wir leben ja nicht in der Höhle. Alter, jetzt geben wir Rockenflash, Digger. Ich brauche Rucksack. Nein, ernsthaft. Hast du einen Rockenflash? Ja, ich hab das... Achja, stimmt. Hast du noch einen Ofen? Da in Ofen. 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 Du hast es jetzt. Da. Ah, das reicht. Machst du mir auch einen? Ein? Ich weiß nicht, das reicht. Naja, mach ich mal. Okay. Ich brauche Fressen. Ah, warte, kannst du Pilzsuppe machen? Was? Ich will eine Pilzsuppe haben. Also wir haben diese roten Pilze. Haben doch die anderen Pilze. Ach, wer heißen die Pilze denn? Ich weiß es gerade. Wir haben nur Pilze. Pilz. Da, Pilze. Pilz. Pilz. Mal gucken, haben wir irgendwo Pilz? Nein, stopp, Pilz. Einfach nur Pilz. So, ne, hier nicht. Nein, wir haben nur noch die roten Pilze. Wir brauchen die anderen. Nein. Na, ehrlich. Nein. Aber wofür brauchst du Rucksäcke? Ja, ich mein, Rucksäcke kann man immer gebrauchen. Ich weiß. Wofür brauchst du Rucksäcke? Wozu brauchst DU Rucksäcke? Ja, wenn ich hier wegziehen will, muss ich doch kein Lachen mitschlecken. Okay, ich mach mich mal ein Rucksäcke. Aber da muss man gleich gar keine Truhe reinpacken. Einfach nur ein Leder und in der Mitte freilassen. Ja, ja. Hab ich doch gesagt. Leder wie ne Truhe anordnen. Ah, das ist so ein mittleres Badpack. Drei Dinger runter und dann... Ja. Es reicht erst mit dem... Es ist bald Weihnachten. Ich pack mal da ein paar Sachen rein von mir. Ahhhh. Ich weiß doch, ich versuch einfach mal alles nicht zu nehmen irgendwie. Jetzt kommt die GEMA und sperrt das Video, weil du singst. Was? Ja, jetzt kommt die GEMA und sperrt das Video, weil du singst. Bestimmt. Bestimmt. Das kann ich draußen gelassen. Verbrennung, Verbrennung 2. Ohhhhhhh. Ja schön. Eisen schön. Du kannst mal ran gehen, du du du. Nee, musst du da raus kaufen. Du zu rein, kannst du da rein. Ich brauch noch ein Backpack... Nein! Ah scheiß. Wie halten eigentlich diese großen Backpacks? Larch-Backpack oder was? Big-Backpack. Big... Oder Big-Pack, nein. Big... Uh! Big-Backpack! Das ist schon ein Big-Backpack, was ich hier mache. Geilig jetzt. Hä? Es gibt doch wohl größere. Ja? Eigentlich schon. Warte, ich mach den mal kurz ein, ne? Na ja, mach das. Hier, bitte, schenk ich dir. Das war auch der Gerber, ne? Ja, ist ja eine Bedienerin. Danke! Okay, jetzt brauche ich noch Leder. Wo kriege ich jetzt Leder her? Schau dir den Ton, lass mich tun! Yeah! Machst du so? Ich frage mich, ob du irgendwelche Drogen genommen hast. Ach, was? Neul! Nicht mehr als sonst. Ja, klar. Was denkst du denn von mir? Warum sind hier keine Zombies? Ich bin Zombies. Weil wir die Höhle schon komplett durchsucht haben. Ja, kann sein, Schluss. Ich geh wieder. Ich suche meine eigene Höhle mit eigenen Zombies. Hier war ein Pilz. Hier sind mehrere Pilze. Aber nur Rotpilze. Ja, aber die kannst du verwenden. Ja, wir haben ja schon Rotpilze. Wir haben aber keine normalen Pilze. Also die Braunpilze, sag ich mal. Hö, ich sage. Hey, wie viel Leben hast du noch? Hey, hey, hey! Alter! Wie fühlt sich deins ab eigentlich? Alter, wie wenig Leben hast du noch? Ich hätte dich fast getötet. Ja. Ist hier irgendwie... Ja. Äh. Ja. Irgendwie... Ja, ich weiß. Sorry. Ich musste Marble fahren. Ich werde mir essen. Ach, wir haben auch ganz viel Weizen. Nimm doch mal Brote. Ganz viel Brot. Was mache ich eigentlich hier? Brote. Soll ich einfach ganz viel Brot aus dem Weizen machen? Was denn sonst? Ja, keine Ahnung. Ist das Rohr? Das ist doch. Das ist wahrscheinlich nur so Deko. So Stroh, das ist auch so Deko. So Stroh, das ist auch so Deko. Ich will hauen. Ich will hauen. Ich will hauen. Ich will hauen. Das muss Brot fressen sonst sterben. So. Ich will noch mal Brot fressen. Ich gehe auf Monsterjagd. So, ich gehst raus und tötet so ein bisschen wegbekommen. Kommt, Nika. Boah, dieses Schwert ist so hässlich. Wo sind Zombies? Zombies, komm ich damit. Kuiper, Kuiper. Kuiper, Kuiper. Kuiper, Kuiper. Kuiper, Kuiper. Kuiper, Kuiper. Mein Schwert macht 8 Schaden. Deins? Ja. Zwei. Ich habe nur ein ganz neues Eisenschwert gerade. Zwei? Ich habe gerade ein ganz neues Eisenschwert nur. Okay, eigentlich macht das gleich Märchen. Aber du hattest ja auch Rüstung, also. Ja, ja. Ja, ja, klar. Wow. Wie viel? Oh, ich habe jetzt zwei. Ja. Mann. Oh. Warte, ich gucke mal nach irgendwelchen Zombies. Oh, das ist ein schöner Vogel. Ich kriege liebe Vögel. Unkel. Töte den Vogel. Da sind ganz viele Queeper, ne? Oh. Wo kommt mir das nur so vor? Vielleicht bist du auch behindert. Zombie! 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 Zombie mit mehrere Zombies mit ganz viel Schwert, dann kann ich dann überhaupt sterben. Weil hier... Reimiger. Alter! Alter! Hammer hier! Ah! 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 Und die haben kein verblödetes, verrottetes Fleischgokar. Gokar. Gokar. Gokar gekackt. Oh, was ist das? Kann man sich auch irgendwie verrottetes Fleisch machen? Ach ja! Moment, 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 Moment! Moment, Moment, Moment! Moment, Moment! Oh, ich mach das schon mal! Nebst du noch? Ja! Verdammt! Was bringt ein Mikromonikon? Ich hab keine Ahnung! Ich brauche noch mehr, als 3 Rotteten Fleisch! Ich brauche noch ein, ne, zwei verrottetes Fleisch, maaaah. Ich muss nicht fangen, ich bringe die Zahlen um, Liga. Mein Gott, ey, ich find kein Zombie. Hast du etwa zu viele Ballerspiele gespielt, Florian, dass du jetzt ablaufen musst? Na, nicht ehrlich, mal. Die sind eben nur Skeletto-Zombie, äh, Creeper. Ich find keine Zombies mehr. Da ist ein Zombie im Wasser! Ich glaub zumindest, dass es ein Zombie ist. Das ist ein Zombie! Bring ihn um! Aber das ist eine Komancer! Ja, dann beginnt! Siebt er immer noch? Ich weiß, vielleicht ist das noch neuer. Nee, glaub ich nicht. Zombie! Zombie! Wow, 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 Skeletto, was geht, wow! Oh, ja, nee, geil! Also, ja, ist ja nur so ein OP-Zombie, ne? Was, wo, wo? Wo bist du gerade? Ich glaube zumindest. Wo, wo bist du gerade? Ist ja ein Gehirnig. Ja. Wo? Wow, Alter! Wo kommst du denn her mit? Ja, wo? Wo bist du? Da da! Da da! Ach, da, okay! Ich bring mal die anderen Tensionen nach, ey! Boah, so viele Spinnen! Und Creeper! Und Skelette! Und andere Dinge, die sehr gefährlich sind! Spinnen, geh weg! Alter! Ich hab keinen Schwert mehr! Was? Hilfe! Alter! 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 Ich hab den einmal geschlagen, aber ich hab den Schwerschrott! Wuh! 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 Ihr kriegt ihn echt! Ihr kriegt, oh mein Gott, wie viele sind das! Ja, ne? Alter! Okay, ich hab grad die Hälfte weggesprengt mit dem Creeper! Da ist ein Zombie alleine! Der Kleiner! Boah! Der hat sogar einen Schaden! Wow! Oh! 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 T ESS!! Es ist unser Ding! Ich hab den Zombie gefunden! Ich hab den Zombie gefunden! Ich hab den Zombie gefunden! Hm! Bei uns bei der Hürde reicht ja viele Zonndies glaube ich. Oh! Wie könnte man denn das nicht mehr? Scheiße! Was droht man denn, diesen alle gehalten verrotteten Fleisch? Mann! Okay! Okay. Ich mach nur kurz ein neues Schwert. Oder ich pull mir eins. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Hab ich hier reingetan? Ja, die hab ich schon reingetan. Ich hab ja wusste, die ganze Zeit mit gehabt. Und sobald ich nach Hause gegangen kann. Ach, da hab ich dann sogar noch einen Algon-Bichser drin. Yes! Ich hab den Zombie, der dir den Schwert weggenommen hat, hab ich getötet. Und da hat er sofort geschrottet. Ich hatte sofort dieses komische Schwertbrech-Dings. Jaja, ich weiß. Aber ich hab den jetzt getötet und jetzt hab ich eine Miedelright. Oh mein Gott, da ist ein Geist. Eine Miedelright. Jaja, ich weiß. Die können aber nicht so viel. Die können nicht so viel. Schau, wie viel Schaden machen die denn? Ich weiß nicht. Da war so ein P. Oh! 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 Ach so! Scheiße! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Du bist tot? Nein, ich bin so gut wie tot. Scheiß Skelett! Scheiß alle Monster, die hier irgendwie umlaufen und mich umbringen sollen. Boah, das ist doch nicht dein erstes Skelett. Skelett! Regt mich nicht auf! Oh mein Gott. Wie dann doch alle klein. Und ich hab immer noch dieses komische Ding da. Die Verzauberung. Unterwasseratmung hab ich schon den gekriegt. Was? Unterwasseratmung. Das sind die ausgerüben. Ich versteh auch nicht, warum die das einem geben. Ist ja beknackt. Die sind böse wie... Die haben die da. Das sind wieder mal total... Okay, dann ähm... Fang ich jetzt an, mein Haus zu bauen, ne? Oh ja, ich ähm... Ich auch, klar. Alter, was hast du so geile Rüstung, ne? Ja, ich weiß, das hat der Zombie gedroppt. Aber so geil ist sie gar nicht. Ich glaub, die ist sogar nur so stark wie eine Eisenrüstung. Das ist diese Meteoriten. Ja, ich geh jetzt auch mal. Ich baue auch nur so ein bisschen mein Haus schon mal. Hm. Okay. Sollen wir die Häuser vielleicht nicht so weit voneinander weg bauen? Ja, auf jeden Fall nicht weit, aber... So dass wir es nicht da und in die Quere kommen. Gut, und Schluss ist jetzt mein, äh, mein, äh, mein Haus. Oh, das Eisen. Oh, Harbinger, wie geht's dir? Ich will das Eisen haben, so... So dummer Creeper, Alter, ich werde dich so umdringen. Ha! 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 Alter! Was passiert? Ja, bum bum. Oh, what the fuck? Oh, ne, jetzt ist das Eisen weg wegen dem, ey, Loser. Chocoboo, Chocoboo, du wirst sterben. Der Harbinger, ich bin grad auf den Harbinger zugelaufen, oder zugeschwommen. Und das ist einfach explodiert. Hehe. Ja, keine Ahnung, der ist einfach in Luft aufgegangen. Ich weiß nicht warum. Da ist ein Necromancer... Boah, ich weiß gar nicht wo... Der ist ein Dorf, warte, ich renn mal kurz zum Dorf. Falls ich mir da mal schlagen. Weiß ich grad gar nicht so genau. Äh, der ist da auf dem Meer? Nein, anderes. Und dieser Epic, äh, dieses Epic Kartenfail da, ne, ist auch der Hammer. Kartenfail? Auf jeden Fall. Ja, wenn du auf M drückst, dieser Fail da. Ah ja, das, ja. Ist der immer noch da? Ja. Aber desto mehr wir erkunden, desto mehr geht ja davon weg. Jep. Yay, ich bin jetzt in so'n komischen Villager, du. Ach, das meinst du, ja. Und du gehst da jetzt nicht hin. Das ist jetzt alles mein Ziel. Das beanspruche ich jetzt für mich. Okay. Weil hier gibt's ganz viel Schönes. Fleisch, Mensch. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich baue es einfach ab und es droppt nix. Ähm. Ja, doch jetzt, jetzt, jetzt kommt einmal Kartoffeln aus der Erde gefloppt, ey. Ja, das ist manchmal so'n bisschen buggy. Hey, Spinne. Du kommst hier nicht in das Dorf. Das ist mein Dorf mit meiner Schmiede, falls er einen ist. Ich hab sowieso grad zu tun. So. So, doch, gib mal ein. Wir sind wir da eigentlich noch nicht hingegangen, das ist voll da dran. Ich glaub, wir sind da auch schon hingegangen. Ich krieg die Kassel sogar schon so vor, das ist damit. Also immer, wenn ich erstmal nicht mehr haben. Oh, was? Bist du tot? Alter, Slack. Slack, richtig. Ich hab alles in deinem Internet. Ne, Slack sowieso immer. Ja, ziemlich oft. Alter. Bei mir lebt's nicht. Wieso geht der mir unter Wasser atmen und jetzt den? Wieso? Das versteht mich. Ich versteh auch nicht, warum hier ein Schokobo in der Festung rumsteht. Zombie! 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 Der fast tot ist. Und der im Brunnen ist und nie wieder rauskommen wird. Jetzt in der Tod geht mir. Drop, du musst droppen! Wieso droppst du denn nichts, Mann? Doch, er hat gedroppt! Er hat gedroppt, er hat gedroppt! Was hat er gedroppt? Einfach runter zu zweit! Yeah! Ja, ich brauch zwei! Für was? Also ich brauch jetzt noch eins. Da kann ich mir noch ein Backpack... Okay! Ach, da ist ne geile, da ist ne Truhe! Da ist ne Truhe! Da muss ich rein! Wo ist die Tür? Ach, hier gibt's keine Tür! Boah, das ist doch nicht dein Ernst! Ich bin aufgeschissen! Aufgelett! Ich breche ein, Alter! Ach, hier gibt's hier noch so doofes Zeug! Kaktus, Meißel, Kopf und so das Zeug, ey! Kaktus, Spitzhackenkopf, Schleim verbinden! Meißelkopf, oder kann man daraus was bauen? Ja, klar! Der hat ja coole Sachen hier! Hey Kumpel, darf ich reinkommen? Oh Gott! Da kann man nur so dämlich sein! Die Skelett! Was ist das denn? Toolbindings kann ich mitnehmen, ich lass's mal da! Bist du dämlich? Ich schon, ja, für mein Teil, aber... Was seh ich dort hinten? Was kann es sein? What the fuck? Oh, oh, okay! Oh, okay! Hm... Ich find dieser Druck halt als Zwischennerve immer voll! Irgendwie... Hm... Ich hab das Gefühl, das Dorf hat sie keine Schmiede! Das kommt manchmal vor! Okay, die Lava kommt, die Lava kommt, die Lava kommt! Schön für dich! Yay! Wo kommt sie hin? Okay, ich hab sie abgesperrt! Jetzt richtig gebracht! Ja, hier ist so ein Baum, und wenn man da die Kiste abgräbt, quasi, dann fließt der Lava von oben runter, aber mehr auch nicht! Wieso ist denn keine Schmiede? Es regnet hier los! Ich will so eine Schmiede sein! Ohne Schmiede finden es nicht! Was ist das hier? Wow! Zwei Säulen einfach mal so in der Gegend rumstehen! Los! Steh auf Rino! Wo bist du eigentlich? Ja, ich zieh hier grad so in der Savanne rum! Dahin ist ein geiler Baum! Warum darf ich nicht hin? Ja! Ja, genau, da war ich auch grad drin! Da ist nix! In den Baum? Ja! Soll ich mal in diese Falle reingehen gleich? Alter! Wo der Boden dann weggeht? Nein, nein, lieber nicht! Lieber nicht! Nein, das mach ich, glaub ich, gleich! Dann pack ich halt fast alle meine Sachen davon weg! Und wir wollen ja halt mal zeigen, warte, wie sehen das, wenn wir eigentlich so knallen? Äh, so, 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 so! Ja, da passiert nicht viel, du stirbst nicht sofort! Aber, ähm, da sind halt ganz viele Monster-Spawner! Und deshalb ist das schon ein bisschen scheiße! Ach ey, wie kann ich bei mir nochmal? Die, äh, ach so! Ach, bei uns... Okay, der Baum brennt ab! Der Baum brennt! Wir müssen mich retten! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Superman, rette den Baum! Rette den Baum! Ich glaub, da kommt man nie wieder hoch, wenn's abgebrannt! Ich weiß! Da kann man so... Du warst das, ich muss nicht umgehen! Bist du? Ich war's, tatsächlich! Ich muss dich leider töten! Du hast Wasseratmung! Ähm, tsch! Äh, 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 alter, die hat voll viel Schutz, Digga! Oh, Digga, voll viel Schutz und so, ne? Oh, scheiße! Was? Ich hab grad richtig verkackt! Alter, was ist das denn? Hä? Was? Ich kann da gar nicht durch! Ja, ich weiß! Was ist das? Moment, Moment! Greif mich ja nicht an! Nicht! Guck mal, hier kommt man! Ja, jetzt hab ich's abgebaut, was auch immer das war! Alter, guck mal wieder Bock! Alter, jetzt geh mal weg! Das ist mein Haus! Das ist mein Haus! Das war genau so geplant! Mein Haus! Oh! Ein Leben! Ach, ne, Digga, das weiß ich nicht! Okay, wo sollen wir denn jetzt unsere Häuser hinbauen? Keine Ahne! Irgendwo weit da weg? Obwohl, wenn wir dann sterben kann... Ach so! Komm, wir gehen mal weiter weg! Und suchen irgendwo, wo vielleicht ein bisschen mehr... ähm... Kapitän Zombie! Guck mich mal an! Wo ein bisschen mehr Holz ist! Vielleicht? Ja! Hm! 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 Oh Gott! Das sah so geil aus! Hm! Naja, ich hab alles gefühlt! Tja! Ja, es war jetzt ähm... Mega! Ja! Das ist alles so geplant! Natürlich wollte ich mal zum Lachen bringen und so, ne? Let's Play soll ja nicht nur langweilig sein und so dachte ich mir und ähm... Ja, also... Ja, ein bisschen Unterhaltung muss ich auch mal versorgen, ne? Ähm... Okay, ich weiß, wo ich mein Haus baue! Alter, wo bist du denn überhaupt? Ich bin in die Schlucht gefallen, nicht gemerkt? Ich weiß, ich bin hier bei der Baumgrenze! Du brauchst mal in die Ack! Denk mir nackt! Die brauche ich! Ich muss Bäume fällen! Ach, wenn das voll unnötig irgendwie ist! Ein bisschen Schrott! Boah, die lebt sogar noch! Alter, dicker Schwede! Voll krissen! Dicker Schwede! Alter, du bist voll ne dicke Schwede, Mann! Da ist ne eine Fahne! Alter! Dein Bild passt nicht da oben rein in das ähm... Feld! Ich weiß! Soll ich den umbringen? Nein, dann bringt er wieder mit! Dann bringt er, glaub ich, mich um! Nee, der ist nicht so stark! Nee, 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 nee! Schon voll uns große Schild, Mann! Ich werde so ein gutes Schild, das man nie gesehen hat! Special Perk, Fire Resistence, Weakness, Explosion Damage, Explosionsschutz 1, Dorn 2! Boah, ist das nicht episch! So episch! Wo baust du denn ein Haus denn? So episch! Ich weiß echt nicht, wo dein Haus denn baust! Oh! Wie kann man eigentlich Waporns wieder löschen? Ich weiß es nicht! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Weißt du, wie lange der Part schon geht? Alter, ich nehme mich auf! Ach ja, stimmt! Da sind Wölfe! Schlagen, schlagen, schlagen! Ich baue mein Haus hier hin! Wir werden sie wieder füllen! Ja! Es war schön mit dir! Ich hasse dich! Och, Mann! Ich hätte eine bessere Zeit hätten sollen! Eine, die nicht schön so gut ist, die kaputt ist vielleicht! Okay, dann beende ich den Part jetzt an dieser Stelle! Ähm, in der nächsten Part baue ich mein Haus! Und dann würde ich sagen, tschüss! Tschüss! Tschüss!